Erstmal vielen Dank, dass du zu diesem Q&A bereit bist und herzlichen Glückwunsch zum Erfolg von deinem Film The Trouble Was Being Born. Du hast damit den Spezialpreis der Jury gewonnen in der neuen spannenden Sektion Encounters auf der Berlinale, hast auf der Diagonale vier Preise abgeräumt, darunter den Preis für den besten Film, warst im San Sebastian nominiert und vieles mehr. Hast du mit so viel positiver Resonanz gerechnet und wie wichtig sind solche Auszeichnungen für junge FilmemacherInnen? Also erstmal schön, dass wir dieses Gespräch finden. Ich freue mich sehr, dass das Transit Filmfest den Film zeigt und quasi wir dann auch mal die Möglichkeit haben, auch in Deutschland sozusagen, vor unserer Kirche auch, den Film zu zeigen. Ich könnte man das berechnen oder würde man sich darauf verlassen, wäre es, glaube ich, ein anderer Film. Dann würde man mit anderen Quotenmetern eigentlich arbeiten. Aber ja, es hat uns schon ungehauen natürlich, wie viel Gutes da jetzt passiert ist und dass das so gut angekommen ist. Das ist natürlich, glaube ich, schon dem Staat auch zu verdanken, eben bei der Berlinale. Und wir waren unfassbar froh, auch in dieser Sektion zu landen. Und ich hatte das Gefühl, dass das da einfach sehr gut reinpasst. Und wichtig sind die natürlich, diese Preise, vor allem für den nächsten Film auch. Also man merkt halt so, ich hatte das bei meinem letzten Film gemerkt, wenn ich im dritten Jahr meines Studiums das gemacht habe. Der heißt das Unglückliche Brief. Und ich ist sozusagen auch schon gut gereist für diesen kleinen Film. Und auch da habe ich gemerkt natürlich, dass die positiven Rückmeldungen oder diverse Preise dich überhaupt erst auf den Radar bringen und du bei ganz pragmatischen Förderanstalten oder bei Redakteuren überhaupt quasi erst mal Gehör bekommst. Und das ist wichtig für den nächsten Film. Klar. Ja, bestimmt. Ich bin auch schon sehr gespannt auf deinen nächsten Film. In Trouble with Being Born erzählst du ja die Geschichte von Elli, einem Androidenmädchen, das zunächst bei einem Mann lebt, der sie nach den Erinnerungen an seine verschwundene Tochter programmiert hat. Elli als Androiden wird ja auch so insgesamt Projektionsfläche für die Erinnerungen, Gefühle und Bedürfnisse ihrer jeweiligen BesitzerInnen. Du hast auch gerade schon deinen ersten Film angesprochen, Das Unmögliche Bild. Da hast du dich ja auch schon mit dem Menschsein und mit Erinnerungen als Identitätsstiftenden im Narrativ auseinandergesetzt. Was interessiert dich so an dieser Thematik? Woher kommt dein Interesse daran? Ich glaube tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, nämlich Erinnerungen als das Identitätsstiftende Narrativ, als das Narrativ, das unserem Leben auch eine Form von Bedeutung und überhaupt Überschaubarkeit gibt. Das quasi würde es die nicht geben, rutscht man in ein vielleicht völliges Chaos sozusagen. Was hat dann noch eine Bedeutung? Und das finde ich spannend. Das finde ich natürlich auch spannend. In meinem letzten Film hatte ich versucht zu ergründen, wie kommt es überhaupt zu einer Erinnerung? Es ist ein Film, der spielt in den 50ern und arbeitet mit, tut so, als wäre es sozusagen Familienarchivmaterial und wird allmählich zu einer Erinnerung. Und da hat mich eigentlich interessiert, wie sehr wir diese Narration eines Anfangs und eines Endes auch benötigen, um sozusagen unserem Leben eine Ordnung zu geben. Und als wir angefangen haben, an dem Film zu schreiben, meine Trouble with Being Born, war es so, dass ich eigentlich auf der Suche nach einer erstmal nicht menschlichen Perspektive war. Und Roderick war ich, ein guter Freund und mein Co-Autor kam dann eigentlich mit der Idee, ach, man könnte einen Film über diesen kindlichen Android machen, der bei diesem Mann wohnt. Und dann haben wir da so rumgesponnen. Und irgendwie war es dann relativ schnell klar, dass das sozusagen ein Gefäß ist, dieser Android, wo ich eben ähnliche Themen auch fand und abarbeiten konnte. Erinnerung versus Programmierung, eben das Narrativ unserer Bedeutungen und genau, das da drieben gefunden habe. In einem Interview hast du mal erklärt, dass du bei der Arbeit an The Trouble with Being Born eine Art Anti-Pinocchio im Sinn hattest. Würdest du unseren ZuschauerInnen erklären, was du damit meinst und was deinen Film jetzt vom klassischen Pinocchio-Narrativ unterscheidet? Also ich habe das Gefühl, prinzipiell, wenn wir an Filme über AI, also künstliche Intelligenz, denken, gibt es eigentlich meistens zwei klassische Narrative. Das eine ist so, entweder die AI übernimmt die Welt und löscht den Menschen aus oder macht eine Utopie daraus. Oder eben die AI möchte Mensch werden. Wie eben Pinocchio, wie auch der gleichnamige Film AI, zum Beispiel von Spielberg, der ja von Kubrick geschrieben wurde, aber von Spielberg gedreht wurde. Und der sich ja ganz klar an dieser Pinocchio-Geschichte eigentlich entlanghandelt. Und was ich interessant fand, war eben dieses, wir setzen immer voraus, dass das, was wir bauen, das menschenähnlich ist, so sein will wie wir. Und im Endeffekt hatte ich das Gefühl, das, was mich viel mehr interessiert, ist eben dieses Objekt nur als dieses Objekt zu betrachten, das eben nichts von sich aus will, sondern nur das will, was man ihm einprogrammiert. Und das fand ich spannend. Also sozusagen der Android als das tatsächliche Spiegelbild seiner Besitzer und Spiegelbild unseres Menschseins. Und genau, es ist eben nicht dieses Stück Holz, wie Pinocchio das beseelt ist und das jetzt Mensch werden möchte, sondern, wie gesagt, es will nichts außer dem, was wir ihm sagen, was es zu wollen hat. Und dass es diesem Objekt dabei egal ist, was das ist, das fand ich interessant. Dabei ist ja dein Film sehr getragen, auch von einer düsteren, rätselhaften Atmosphäre. Anstatt die Geschichte dann ganz auszuerzählen, lässt aber auch jede Menge Raum für die eigenen Gedanken der ZuschauerInnen. Also auch mich hat jetzt der Film noch lange nach dem Schauen nicht losgelassen. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und auch mit dem Team haben wir darüber gesprochen, dass der Film eigentlich auch zum großen Teil aus den ZuschauerInnen selber besteht. Würdest du uns dazu stimmen? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich finde es schön, wenn ihr das sozusagen so auch aufgepasst habt. Ich habe das Gefühl, also ich persönlich mag sehr viele verschiedene Facetten des Kinos. Aber eine, die ich eben besonders mag, sozusagen eine, die vielleicht eher einem Traumerlebnis gleicht als nur einer Narration. Und ich finde, da ist eben etwas, da kann Kino was leisten, was kaum eine andere Kunstform so gut kann oder so immersiv kann, um in Logiken eines Traumes hineinzukommen oder um in etwas hineinzukommen, was sich vielleicht wie ein Vorbewusstsein anfühlt, eine Entwirrung. Und das finde ich faszinierend am Kino. Und ich finde, dafür ist dieser Ort einfach auch geschaffen, um da reinzugehen. Und insofern war mir das vor allem in diesem Film, wo ich immer das Gefühl hatte, dieser Film ist für mich ganz klar aus der Perspektive dieser Maschine erzählt. Aber es könnte eben auch sozusagen die Vorstellung eines Traumes dieses Androiden sein. Und das war eigentlich so das Grundgefühl, das ich mir immer unter diese Bilder geschrieben hatte. Dabei ist ja auch eines der größten Rätsel für viele ZuschauerInnen wahrscheinlich die merkwürdige Vater-Tochter-Beziehung mit den sexuellen Anspielungen. Warum hast du und dein Co-Autor sich dafür entschieden, dass es sich bei der Figur der Ellie um einen kindlichen Roboter handelt? Und welche Herausforderungen haben sich daraus für dich und Lena Watson, die Hauptdarstellerin, ergeben? Also erstmal war das tatsächlich einfach die Grundidee. Da war jetzt noch gar nicht so ein theoretisches Konstrukt dahinter, sondern es war so, okay, wir machen diesen Film mit einem kindlich aussehenden Androiden. Ja, warum macht man das? Also einerseits natürlich war es mir ein Anliegen, dieses Vermenschlichen, das wir automatisch tun, natürlich mit etwas, das uns ähnlich sieht, in Frage zu stellen. Und ich hatte das Gefühl, das geht eben besser, wenn diese Fallhöhe eine ist, wo wir von vornherein sehr viel Empathie diesem Wesen entgegenbringen und uns zwischenzeitlich vielleicht vergessen, dass es ein Objekt ist und darum aber dann wieder fragen müssen, ah, was ist das? Und das fand ich tatsächlich als Reibungsfläche interessanter, als das mit einer Erwachsenenfigur zu machen, tatsächlich. Und was war deine zweite Frage? Meine zweite Frage war, welche Herausforderungen sich daraus für dich und die Hauptdarstellerin, also Lena Watson, ergeben haben? Naja, die Überlegung war ganz zu Beginn erstmal, kann man das eigentlich mit einem Kind drehen? Ich hatte tatsächlich lange gedacht, ich drehe es nicht mit einem Kind, sondern mit einer erwachsenen, jungen Darstellerin, mit Jana McKinnon. Und habe dann aber gemerkt, dass das für mich nicht stimmt und dass die sozusagen die Physis eines Kindes, dass die Wirklichkeit, wie wirkt ein Kind, wie schaut ein Kind, für mich ganz entscheidend war und dass das auch das war, was ich wollte. Das heißt, diesen Prozess, das kann man das eigentlich machen, den haben wir intern, also ich auch mit meinem kompletten Team, sehr lange ausdiskutiert und sehr lange uns darauf vorbereitet, bis schließlich klar war, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gibt, als das mit dem Kind zu drehen. Und natürlich hat es uns vor die Herausforderung gestellt, wie thematisiert man dieses Thema, all diese Themen. Es geht ja nicht nur um die komplexe, merkwürdige, gefährliche Sexualität eines Mannes, sondern auch um Trauer und um Tod und um ganz viele Dinge, die sozusagen erstmal nicht auf den ersten Blick kindgericht erscheinen. Und wie kommunizieren wir da mit einem Kind und finden wir ein Kind und eine Familie, mit der wir offen und ehrlich darüber sprechen können, aber wo ein Kind sozusagen auch aus einem Background kommt, wo das aufgefangen wird, das trotzdem nicht weltfremd ist sozusagen, dass er über diese Dinge Bescheid weiß und wir aber natürlich kein Trauma in jemandem auslösen. Und dann haben wir sozusagen dieses Mädchen gefunden. Lena Watson ist ein Stage-Name, also ein Künstlername, den sie selber ausgesucht hat. Und wir haben einfach auf eine kindgerechte Weise, wie man das, glaube ich, ohnehin machen muss, wenn man diese Themen behandelt, über diese Themen gesprochen. Und das war das Essentiellste, weil alles andere, was wir im Film sehen, die komplette Kontextualisierung von Sex, von Tod, von allem, kam erst in der Postproduktion dazu. Das, was wir gedreht haben, ist im Grunde ein relativ harmloser Film. Also da passiert eigentlich nicht viel in diesen Bildern. Niemand ist nackt, keiner blutet tatsächlich, wie auch immer. All diese Dinge wurden wirklich erst in der Postproduktion, im Schnitt kam dieser Kontext erst dazu. Jetzt hast du gerade schon die Postproduktion, den Schnitt angesprochen. Diese rätselhafte Atmosphäre, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die wird ja auch formal ästhetisch umgesetzt. Also du hast selber schon als Editorin gearbeitet und warst auch am Schnittprozess von The Trouble is Being Born zusammen mit Hannes Brun beteiligt. Daneben ist es auch das vielschichtige Sounddesign von Peter Kutin, das eben dieses Unbehagen und die Beklemmung, die einen als ZuschauerInnen begleitet, noch verstärkt. Könntest du uns was zu dieser ästhetischen Gestaltung erzählen und zu der Idee dahinter? Also tatsächlich ist dieser Film komplett in der Postproduktion entstanden. Und das meiste der Struktur ist auch quasi im Schnitt entstanden. Das lag eigentlich daran, dass die erste Fassung, die wir geschrieben haben, war relativ nahe daran. Dann schreibt man narrativere Fassungen, auch weil man selber sich abarbeiten muss sozusagen daran, weil dieses Drehbuchformat selber auch etwas teilweise ein bisschen Starres ist, wo du sozusagen ja eine Linearität bedienst. Und ich immer gemerkt habe, ich würde gerne im Prozess zu dem zurückkommen, was ursprünglich dieses Gefühl war. Das war ja kein Wort, oder es war vielleicht was ein Bild, sondern wieder zurückgekommen zu dem komischen Flirren, wo man dachte, ah, darum geht es eigentlich. Und ich dachte sehr lange, gut, wir gehen ans Set und dann werfe ich das Buch weg. Das war auch so gesprochen mit Roderick sozusagen. Ich hatte mir so kleine, wichtige Kernszenen oder Kernelemente von Szenen quasi immer noch mal so vor Augen geführt, bevor wir gedreht haben. Das war aber dann nicht so ganz möglich, weil natürlich wir ein sehr straffes Produktionssetting hatten mit eben, wenn man bedenkt, Lena Watson hat eine Maske getragen, eine Silikonmaske. Das hat jeden Tag eineinhalb Stunden gedauert, sie aufzutragen. Manchmal zwei, manchmal ganz schneller. Auch das abträgen, das heißt, du hast einen begrenzten Zeitraum, mit dem du natürlich drehen kannst, auch mit deinem Kind. Und das heißt, relativ wenig konnte ich dann im laufenden Betrieb eines Drehs dann selber noch so finden. Und daher war eigentlich klar während dem Dreh gut, ich muss das auslagern auf die Postproduktion. Ich hatte im Luxus das zu tun. Das war es natürlich auch. Oder ich habe ihn mir genommen. Und das war mir auch wichtig, sozusagen, da nochmal zurückzukommen. Und insofern ist eigentlich die ganze Struktur, die zwar angelegt war im Buch, aber tatsächlich erst zusammengekommen im Schlick dann. Vorhin hast du auch schon mal kurz Technik-Dystopien im Allgemeinen angesprochen, also KI-Dystopien auch. Wir haben im Sichtungsprozess auch mit dem Team viel darüber diskutiert, ob und wenn ja, inwiefern es sich bei deinem Film um eine Technik-Dystopie handelt. Wie würdest du der Trouble with Being Born selber verorten? Also mein Gefühl ist, dass es mehr um die Geister geht, als um die tatsächliche KI, sozusagen. Das ist ja keine, wir zeigen hier ja auch keine weiterentwickelte KI. Im Endeffekt könnte man sagen, dass das, was wir sehen, hätte man die Motorik, oder würde man es schaffen, Roboter die Motorik zu geben, dann würde es das heute auch schon geben. Denn im Endeffekt, wie dieses Wesen reagiert, ist nicht sehr viel komplexer als Siri oder Alexa oder sämtliche KIs, die wir auf dem Gebiet kennen. Und insofern habe ich das Gefühl tatsächlich, es ist mehr ein Film über Geister, als über eine wirkliche AI, die aber natürlich, weil ich glaube, jeder AI-Film ist quasi ein Film auch über Geister. Ich meine, der geht mir an, ich glaube, es ist schnell. Und sozusagen sind die immer Gefäße, die unsere Identitäten versammeln. Jetzt, wo wir schon beim Thema Dystopie, Utopie, also unserer Zukunft sind, würde ich auch schon mit meiner letzten Frage gerne anschließen. Und zwar, was würdest du dir für die Zukunft des Kinos wünschen? Also ich wünsche mir fürs Kino, dass wir diesen Raum, die, die ihn verloren haben, wiederentdecken. Eist diesen Raum, wo du quasi einfach in ein dunkles Kabinett gehen kannst und hier in einem kollektiven Ereignis, aber dennoch auf dich allein zurückgeworfen, überdimensional große Bilder anschauen kannst und wirklich in ein Kino einsteigen kannst. Und ich habe das Gefühl, ja, die große Frage ist sozusagen, es darf nicht, also es kann, das Online-Streaming-Dienst kann das nicht ersetzen. Wir brauchen beides, das glaube ich auch ganz, ich bin nicht so pragmatisch, dass ich sage, es kann nur das Kino geben, aber ich glaube, dass man diesen Raum einfach als solchen wiederentdecken kann und muss. Vielen Dank für das sehr interessante und schöne Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.